Die B2B Nord. Treffen Sie am Dienstag, den 14. April 2015 in der Messehalle Hamburg-Schnelsen auf Geschäftsführer, Unternehmer und Entscheider. Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse vereint mit über 200 Ausstellern verschiedenster Branchen, mehr als 30 Impulsvorträgen in den Kompetenzforen und sieben Keynote-Speakern auf den Haupttribünen die wichtigsten Themen wie Personalentwicklung, Software, Marketing, Kundenbindung und mehr. Verpassen Sie nicht die B2B Nord am 14. April 2015 in der Messehalle Hamburg-Schnelsen und erleben Sie Deutschlands Top Speaker live. Weitere Informationen finden Sie online auf www.b2b-nord.de